Guten Morgen! Servus! Grüß! Ja? Grüß! Ich muss wahrscheinlich durchschauen, dass es okay ist. Ein Mann gelandet. Das Wetter ist super. Die Uhr haben wir auch schon wieder zwei Stunden zurückgestellt. Und uns ist aufgefallen, wer einen Smoky gegangen hat, der fliegt einreisen. Ich will hier nicht mehr weg. Ich will hier bleiben. Aber ich glaube, P3 morgen, die Wüstenstadt, wird auch noch mal richtig interessant als Abschlusstier-Geschichte. Und dann bin ich aber auch froh, wenn ich wieder in heimliche Gefilde komme. Die 6000 Kilometer quer durch Europa waren schon hart und anstrengend. Und das hatte ich mir vorher nicht so gedacht. Auf den Spuren von Indiana Jones sind wir jetzt da. Im Sieg in Petra. Sagenhaft. Alles aus einem Stück rausgemäußelt. Vor ein paar Jahren in Ägypten habe ich genau so ein Ding gesucht. Und da hockt er wieder. Der gleiche wie vor sechs Jahren. Ich helfe mir vorstellen, die Jonathaner Spitzbub. Und es wird gespampt bis zum Geld nicht mehr. Jawohl rum, Camp. Wintersportverein Silbertag. Ja, also wir haben bis jetzt, alles ist gut gelaufen. Wir haben Gott sei Dank keinen schlimmen Unfall. Ein Unfall mit Totalschaden. Aber den Menschen geht es wieder gut. Und es ist eigentlich schon eine tolle Sache. Wir sind insgesamt fast viermal um die Welt gefahren, wenn man das zusammenrechnet. Und dann ein paar Blechschäden. Also toi toi toi. Und es ist schön, dass wir nach wie vor sagen, trotz vielen Teilnehmern, vielen Kilometern, vielen positiv verrückten Leuten, noch keine schlimmen Unfälle gehabt zu haben. So soll es bleiben. Wilfried, ihr habt sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wir haben viele neue Freunde kennengelernt, wo wir uns gerade die ganzen Kontaktdaten ausgetauscht haben. Vielen Dank. Ja, schön. Und ob ihr wisst, ich bin ja seit nächstes Jahr wieder dabei, gell? Ich hoffe, ja. Äh, Österreich. Natürlich der Österreicher. Wir sind nämlich Skifahrer. Ja, genau. Scheiße. Danke dir. Team Lucky Brake. Team Nummer vier. Team Nummer neunzehn. Backflash Reloaded. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind Rotterwan. Ja, wir haben es geschafft. Neunzehn. Neunzehn und vier. Neunzehn und vier. Neunzehn und vier. Hallo, wir kommen zusammen. Wir sind gerade hier. Okay. Platz Nummer vier. Rallye ist vorbei. Zürich von der Birle. Und es ist vorne fräger zweiter Mühlen. Bus. Du kommst am Mann. Zürich. Abreise. Und wir sind noch vor. Hingegen. Wollten wir uns tauschen. Ich habe auch gerade Namen schon von den Kamel erfahren. Das heißt Shitty Shitty Gang Bang. Das ist vorne. Das ist vorne. Das ist vorne. Das sind vorne. Das ist vorne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020